Herzlich Willkommen beim Teil 3 der Videoschulung Fotos im Forst. Im Teil 3 unserer fotografischen Reise geht es um die Motive rund um den Forstbereich und genau da steigen wir gleich direkt ein. Heute im ersten Teil dieser Fotoschulung geht es um die Bildgestaltung. Wie bekommt man ein gutes Bild mithilfe einer gezielten Bildgestaltung? Das eine ist, geben Sie Ihrem Bild gezielt Perspektiven. Zum einen können Sie auf Augenhöhe mit einem Objekt gehen, der Blick von unten nach oben öffnet neue Möglichkeiten, aber auch genau das Gegenteil, wenn Sie zum Beispiel in eine Pfütze hinein fotografieren und Spiegelungen ausnutzen. Was auch interessant sein kann, wie jetzt hier ein Herbstbild, ein herbstlich gefärbter Waldboden mit bunten Laub oder dass Sie von oben oder von unten an Ihre Fotoobjekte herangehen, an Ihre Motive und die dann gezielt in Szene setzen. Denken Sie daran, Zusammenfassung dieser Folie, dass Sie einfach nicht nur immer auf Augenhöhe fotografieren, sondern von unten, von oben, von rechts, von links alle Möglichkeiten haben und damit eben ganz andere Perspektiven und attraktive Einblicke in den Bereich Wald und Forst geben können. Kommen wir zu einem Zauberwort der Fotografie, der goldene Schnitt. Wenn Sie mit einem Fotografen reden, dann wird er Ihnen bestätigen, dass der goldene Schnitt etwas sehr Wichtiges ist. Als goldener Schnitt wird ein Teilungsverhältnis bezeichnet, bei dem das Verhältnis des Ganzen zu seinem größeren Teil dem Verhältnis des Größeren zum kleineren Teil gleich ist. Das klingt sehr kompliziert, ich erkläre Ihnen gleich, was das bedeutet. Sie können ein Bild in ein bestimmtes Verhältnis aufteilen, nämlich das Verhältnis 61,8% zu 38,2%. Das Besondere an diesem Verhältnis ist, wenn Sie jetzt wieder die 38,2 durch 61,8 teilen, kommen Sie wieder auf genau das gleiche Teilungsverhältnis, wie Sie gerade hatten. In der Praxis bedeutet es aber, Bilder, die Sie hier in den Linien dieses goldenen Schnittes aufteilen, wirken besonders harmonisch und wirken besonders interessant und gelungen. Bei dieser Kirche hier sehen Sie, dass das Kreuz genau in diesem Bereich des goldenen Schnitts ist. Wem der goldene Schnitt so kompliziert ist, der kann sich immer noch an die ein Drittel, zwei Drittel Regel halten. Im Prinzip bewirkt die Einteilung eines Bildes in Drittel das gleiche wie der goldene Schnitt. Es ist nicht ganz perfekt, aber Sie haben eben auch diesen Effekt, dass ein Bild besonders harmonisch oder interessanter wirkt. Und ein Vorteil ist, beispielsweise am Handy oder an der digitalen Spiegelreflexkamera. Sie können sich das Raster einblenden lassen, das Drittel Raster und haben dann noch eine optische Unterstützung bei der Bildgestaltung, direkt wenn Sie das Bild machen. Kleine Bemerkung, Sie haben natürlich immer noch alle Möglichkeiten der Bildbearbeitung, sodass Sie ein Bild auch im Nachhinein in diesen goldenen Schnitt oder in dem Bereich der ein Drittel, zwei Drittel Regel durch Bildbearbeitung bringen können. Ganz wichtig bei der Fotografie sind Linien, Linien oder Diagonalen. Es ist nur mal so, dass durch Linienführung eine räumliche Tiefe vermittelt wird. Sie können mit Linien die Blicke des Betrachters lenken. Linien sollten dabei eigentlich immer ins Bild hineinführen, immer auf das zentrale Motiv hinführen. Außerdem, eine Sache, die man wissen muss, auch die Blicke von Menschen wirken wie Linien. Wir folgen unwillkürlich immer den Blicken einer Person, auch wenn diese Person fotografiert ist. Und diese unsichtbaren Linien, diese Blicklinien, können Sie in der Fotografie auch nutzen. Ein paar Beispiele für Sie. Hier sehen Sie beispielsweise diesen Grashalm mit Tau, der eine Diagonale bildet. Hier klettert ein Marienkäfer eine Linie hoch und ist somit auch erstens im Zentrum dieses Bildes. Zweitens, der Betrachter hat eine Linie, wo er seinen Blick festhalten kann. Das gleiche im Prinzip hier bei der Ameise. Und wunderbar funktionieren natürlich auch Straßen oder Alleen, Waldwege, funktionieren wunderbar als Linien im Bild. Kommen wir nun zu dem Bereich der Motive. Ich möchte noch mal ganz ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Bilder auch in dieser Fotoschulung, jetzt in diesem Teil, einerseits mit der digitalen Spiegelreflexkamera aufgenommen sind oder wie dieses hier einfach mit dem Smartphone. Denn Sie brauchen nicht unbedingt eine Profikamera, um gute Bilder hinzubekommen. Schauen wir uns erst einmal an, welche Motive im Forstbereich denn überhaupt relevant werden können. Zum einen haben wir hier den Bereich der Wald oder der Holzdetails. Auf der anderen Seite können Sie natürlich ganze Wälder oder Waldlandschaften in Szene setzen. Die Menschen sind sehr relevant, zum Beispiel wenn sie ihre Webseite gestalten oder über Veranstaltungen berichten. Technik ist auch ein sehr interessanter Aspekt im Bereich der Forstbranche. Und natürlich, was man aus Holz alles machen kann, haben wir zum Beispiel den Bereich der Holzarchitektur. Aber wir steigen jetzt direkt ein in den Bereich der Wald- und Holzdetails. Über Details reden wir eigentlich immer dann, wenn Sie ein Motiv ganz gezielt in Szene setzen, der Fokus des Betrachters auf ein Motiv gelenkt hat. Das können beispielsweise wie hier links oben Pilze sein oder die Früchte des Waldes. Natürlich funktioniert das besonders gut bei Tieren. Tieren sind ein sehr beliebtes Motiv. Oder hier unten haben wir einen Baumstamm, der durch Wind und Wetter aufgespreiselt ist in seine Bestandteile, was aber auch wieder sehr interessant und attraktiv ist. Ein besonderer Fall der Detailaufnahmen, das ist die Makrofotografie. Bei der Makrofotografie gehen Sie an Ihr Motiv sehr nah ran, sodass Sie es im Prinzip eins zu eins oder größer darstellen können. Es sind Abbildungen im Nahbereich und Sie eröffnen natürlich durch diesen Nahbereich einen wahnsinnigen Detailreichtum. Sie können die Blicke des Betrachters auf neue Perspektiven und auf eine Vielfalt an kleinen Details lenken, die man unter Umständen bei einem normalen Waldspaziergang gar nicht wahrnimmt. Was die Technik betrifft, Makroaufnahmen können Sie bis zu einem bestimmten Bereich mit einem normalen Objektiv ausführen. Wenn Sie näher hingehen wollen, brauchen Sie allerdings ein Makroobjektiv und brauchen dazu dann im Prinzip eine Kamera mit einem Wechselobjektiv. Was auch funktioniert, wenn Sie kein Geld für ein Makroobjektiv ausgeben wollen, das gut funktioniert, das sind auch Makroringe, die Sie zwischen Ihrem Körper, Ihrem Kamerakörper und das Objektiv schieben und dadurch mechanisch ein Makroobjektiv bauen. Ein Sonderfall, das sind sogenannte Retroadapter, die Sie ermöglichen, dass Sie ein Objektiv umdrehen und damit im Prinzip schon fast zu einem kleinen Mikroskop umbauen können. Was Sie wissen sollten ist, je näher Sie an ein Motiv rangehen, desto geringere Tiefenschärfe haben Sie. Ideal ist bei der Makrofotografie ein Stativ, das hängt auch damit zusammen, dass Sie natürlich dann ganz andere, kleinere Blende, also größere Blendenwerte brauchen und damit weniger Lichteinfall haben und dadurch Ihr Motiv verwackeln könnte. Hier ein paar Beispiele, Sie sehen hier ein kleines Tautropfenuniversum, das sind nichts anderes als kleine Tautropfen, die in einem Spinnennetz hängen im Wald. Oder hier, der Pilz ist ein sehr kleiner Pilz, der wäre jetzt zwei Zentimeter groß ungefähr und normalerweise überhaupt keine Beachtung finden würde. Wenn Sie anstatt von Details lieber den Wald in seiner ganzen Fülle zeigen wollen, dann gibt es auch einiges zu beachten. Zum einen denken Sie daran, wenn Sie im Wald sind, Sie haben zum Teil ganz große Helligkeitsunterschiede. Sie kommen oft aus dem Dunkel des Waldes dann in einen sehr hellen Bereich. Wenn Sie im Wald unter dem Blätterdach fotografieren, haben Sie im Prinzip die gleichen Lichtverhältnisse, die Sie bei bewölktem Himmel hätten. Sie brauchen dadurch eine längere Belichtungszeit, als Sie im Freiland brauchen würden. Was da hilft, ist, wenn Sie ein Stativ nutzen oder Sie sich mit Ihrer Kamera anlehnen, wie es zum Beispiel auch die Jäger machen, wenn Sie am Baum anstreichen, um stabilere Schussverhältnisse zu haben. Hier ein Beispielbild. Hier wurde ein Fichtenbestand aus dem dunklen, aus dem etwas dichteren Waldbestand herausfotografiert hin zu einer Lichtung, auf der die Sonne scheint und Sie sehen, dass wir hier auf der einen Seite schon fast schwarze Bereiche haben und hier auf der anderen Seite dann sehr helle, eigentlich nur noch weiß dargestellte Bereiche haben, aufgrund dieser hohen Helligkeitsunterschiede. Was Ihnen auch passieren kann, das sehen Sie an diesem Bild. Sie fotografieren bei Sonnenschein und die Blätter hier oben rechts, die reflektieren die Sonne sehr stark. Das heißt, es kann sein, dass diese Blätter sehr spiegeln und auf Ihrem Bild dann eigentlich nur noch ein Weißbereich zu sehen ist, das eigentlich überbelichtet ist. Hier gibt es einen Trick. Sie können beispielsweise mit einem Filter, mit einem Polfilter fotografieren, der dann eben genau diese Effekte rausnimmt. Dafür brauchen Sie dann aber unter Umständen eine etwas längere Belichtungszeit und infolgedessen wäre ein Stativ wieder gut. Wenn Sie im Wald fotografieren, haben Sie das Licht, das durch die Blätter fällt und können dadurch an den Stämmen auch oft Lichtflecken von den Blättern haben oder von den Ästen. Das kann ein sehr, sehr hübscher Effekt sein, ein sehr schöner. Wenn Sie allerdings ein sehr gleichmäßiges Bild von dem Wald haben wollen, dann bietet es sich an, wenn Sie gegen die Sonne fotografieren. Bei diesem Bild sehen Sie im Prinzip genau die Mitte von dem, was ich Ihnen erzählt habe. Hier auf dieser Seite wäre die Sonne, auf dieser Seite ist der Schatten. Ich persönlich muss sagen, ich mag diesen Lichtschatten-Effekt eigentlich sehr gerne, aber er kann natürlich auch oft sehr unruhige Bilder erzeugen. Was Ihnen im Wald sehr leicht passieren kann, Sie stehen in einem wunderschönen Wald, Sie finden diesen Wald wahnsinnig attraktiv, können sich schon richtig vorstellen, wie das Bild aussieht und schauen sich die Fotos an und die Fotos sind richtig nichtssagend geworden. Sie kennen den Spruch, den Wald vor lauter Bäume nicht mehr sehen, das passiert sehr, sehr oft auf Fotos. Deswegen ist es wichtig, wenn Sie den Wald fotografieren, dass Sie sich gezielt in diesem Wald Motive suchen. Suchen Sie sich einzelne Bäume oder interessante Baumgruppen, suchen Sie sich einen Bereich, wo die Sonne ganz besonders schön durch die Blätter durchbricht oder suchen Sie sich Wege irgendetwas oder Pflanzen irgendetwas, woran sich der Blick des Betrachters festhalten kann. Dadurch bekommen Sie Bilder, die etwas geordneter wirken und die deutlich interessanter und harmonischer sind. Beispielsweise hier ist eine Rückegasse genutzt worden, um den Blick des Betrachters zu lenken und gleichzeitig kommt von oben ein sehr schöner Lichteinfall. Auf der anderen Seite ist hier ein großer Stein, ein Findling im Wald und dahinter eine große alte Buche, die im Bereich des goldenen Schnitts angeordnet sind, sodass der Betrachter sich als allererstes an diesem Stein und an dieser Buche orientiert und erst dann den Blick durch den restlichen Bereich des Bildes schweifen lässt. Es kann auch mal ein moosüberwachsener Baumstumpen sein und dahinter im Prinzip so eine Art Tunnel hin zu einer Lichtung wie hier. Natürlich sind Sie im Wald in einem von den Elementen geprägten Raum. Es kann sehr windig sein. Sie müssen nicht nur mit Licht und Schatten arbeiten, sondern auch oft gegen den Wind arbeiten. Wenn Sie Wind haben, brauchen Sie im Prinzip eine kürzere Belichtungszeit, damit Sie die Bewegungsunschärfe nicht haben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie warten, dass der Wind aufhört, kommen ein andermal wieder oder Sie sollten bei einer Spiegelreflexkamera beispielsweise oder einer Kompaktkamera die ISO-Werte hochdrehen. Dadurch können Sie, obwohl Sie eine relativ offene Blende bei diesen dunklen Lichtverhältnissen brauchen, die Belichtungszeit reduzieren und dadurch die Bewegungsunschärfe den Wind wieder etwas austricksen, rausrechnen. Ich habe es Ihnen am Anfang der Schulung schon erzählt. Nutzen Sie die Möglichkeiten des Perspektivenwechsels. Fotografieren Sie auch im Wald mal vom Boden aus, mal Augenhöhe. Fotografieren Sie an Stämmen entlang. Die Kronendächer gerade im Herbst sind ein wunderschönes Motiv. Probieren Sie einfach aus, was interessant und spannend wirken kann. Zu den Lichtverhältnissen im Wald möchte ich Ihnen noch etwas erzählen, einen Trick, wie man diese krassen Lichtunterschiede rausrechnen kann. Sie haben die Möglichkeit, HDR-Bilder zu schießen, also eine Belichtungsreihe. Im Prinzip stellen Sie Ihre Kamera so ein oder können Sie auch manuell machen, dass drei Bilder geschossen werden. Zum einen schießen Sie auf dem Stativ, damit Sie nicht verwackeln, ein Bild mit einer sehr kurzen Belichtungszeit, das wird dann etwas dunkel, eines mit einer mittleren Belichtungszeit und ein Bild mit einer langen Belichtungszeit, wo Sie die dunklen Bereiche auch sehr hell haben. Ganz wichtig, fotografieren Sie auf Stativ, damit Sie nicht verwackeln und dann können Sie nämlich diese drei Bilder, das gleiche Motiv, unterschiedliche Belichtungszeiten, zu einem Bild zusammenrechnen lassen. Da gibt es unterschiedliche, auch kostenlose Programme und Sie erhalten dann ein Bild, wo die hellen Bereiche etwas dunkler sind und die dunklen Bereiche etwas heller sind und Sie damit das ganze Spektrum der Belichtung im Wald voll ausnutzen können. Manche Smartphones haben diesen HDR-Modus oder auch Kompaktkameras, kleine Knipsis haben diesen HDR-Modus bereits voreingestellt als eigenes Bildungsprogramm. Wenn Sie eine Waldlandschaft fotografieren, müssen Sie im Prinzip alles beachten, die ganze Breite der Landschaftsfotografie. Ich versuche einmal ein paar der wichtigsten Punkte für Sie herauszustellen. Wählen Sie die Perspektive so, dass möglichst viel zu sehen ist. Schauen Sie einfach, dass Sie das, was Sie zeigen wollen, optimal auf Ihrem Bild drauf haben. In der Regel bei der Landschaftsfotografie teilt man ein Bild in verschiedene Ebenen ein. In den Vordergrund, den Mittelteil und den Hintergrund. Das Ganze ergibt dann eben, wenn Sie diese drei Ebenen auf Ihrem Bild haben, ein besonders spannendes Bild. Dann das Ganze, das Hauptmotiv, was Sie zeigen wollen, im goldenen Schnitt oder im Bereich der ein Drittel, zwei Drittel Regel oder Sie können auch den Bereich der Symmetrie einsetzen. Wichtig, was hier drinsteckt. Sie haben ein Hauptmotiv. Eine Landschaft an sich ist schön, aber suchen Sie sich wirklich gezielt raus, was Sie an dieser Landschaft wirklich zeigen wollen und setzen Sie das dann eben in dieses Verhältnis. Hier sehen Sie ein Beispiel im goldenen Schnitt mit Zentralperspektive. Eine wunderschöne Spiegelung von einem kleinen Wald am See. Aber man kann das Ganze natürlich auch mit einer gezielten Linienführung ohne Symmetrie machen. Sehr schön ist es wie hier, wenn man sich an einer Linie in das Bildinnere hineinhangeln kann. Dann kommt hier von oben noch das Licht rein. Sie haben unterschiedliche Linien, die alle in diesen Bereich, dieses Baumes, dieses Nebelwaldes hier hineinführen. Ganz wichtig ist bei einem Bild der Landschaftsfotografie, der Waldlandschaft, dass man sich umschauen kann in dem Bild. Beispielsweise, wenn Sie hier diese Abendstimmung der blauen Stunde haben, dann haben Sie zum einen natürlich diesen Bergrücken mit dieser Ebene, aber Sie können hier oben schauen in die Blätter oder hier hinten in die Berge, ganz hinten die Wolken. Also Sie haben wirklich viel, was Sie auf diesem Bild entdecken können. Sie können sich richtig schön umschauen. Lassen Sie uns aus dem Wald hinausgehen, kommen wir zum Bereich der Porträtfotografie. Wenn Sie Personen fotografieren, das werden Sie immer wieder müssen, alleine wenn Sie zum Beispiel einen Flyer gestalten wollen und da ein Bild von Ihren Mitarbeitern brauchen oder wenn Sie Ihre Webseite nur aufstellen, brauchen Sie auch attraktive Bilder von den Ansprechpartnern, damit man sie kennt. Wenn Sie fotografieren, fotografieren Sie bitte nicht in der Mittagssonne. Nutzen Sie, wenn es geht, zu einem halbbedeckten Himmel. Gegebenenfalls können Sie auch in den Schatten gehen. Oder Sie nutzen so die Lichtverhältnisse des Vormittags, Nachmittags, jetzt nicht direkt die ganz grelle Morgensonne, wenn sie kommt oder auch nicht direkt die Abendsonne, aber so diese Übergangszeit, wie Sie sie ungefähr um 10 Uhr, 11 Uhr haben, die ist gar nicht schlecht für Porträts. Wenn Sie fotografieren, achten Sie auf die Einstellung des Blitzes in Ihrer Kamera. Blitz ergibt ein sehr hartes Licht, das den meisten Gesichtern nicht sehr gut tut. Wenn Sie Blitz einsetzen, nutzen Sie ihn sehr gezielt. Beispielsweise, wenn das Licht von der Seite kommt oder wenn Sie Gegenlicht haben, dann brauchen Sie tatsächlich einen Blitz, um das Gesicht aufzuhellen und eine Unterbelichtung zu vermeiden oder starken Schlagschatten zu vermeiden. Fotografieren Sie Personen möglichst auf Augenhöhe. Prinzipiell, wenn Sie Personen fotografieren, eine der wichtigsten Regeln ist, stellen Sie mindestens ein Auge scharf. Wir orientieren uns bei Personen, aber genauso bei Tieren übrigens, wir orientieren uns immer an den Augen. Wir versuchen, dem anderen ins Auge zu schauen. Wenn das Auge unscharf ist, wirkt das ganze Bild nicht mehr so gut. Welche Blende brauchen Sie? Sehr, sehr schöne Effekte in der Porträtfotografie. Hier oben auch der Bär ist so fotografiert mit einer sehr offenen Blende, also mit kleinen Blendenwerten. Gehen Sie mit Ihrer Kamera ein Stück von der Person weg und zoomen Sie dann wieder hin. Dann können Sie zum Beispiel mit einer Brennweite von plus minus 85 mm oder was auch sehr hübsches mit 100 mm Brennweite fotografieren. Und je weiter weg Sie sind, desto größer können Sie dann im Prinzip auch die Blende wieder machen. Wobei ich persönlich ein großer Fan bin von einer großen Brennweite und einer sehr kleinen Blende, weil dann der Hintergrund sehr weich verschwimmt und die Person wirklich wunderschön im Fokus des Betrachters ist. Wenn Sie eine Person fotografieren, dann stellen Sie die Person bitte vor einen Hintergrund, der nicht die Show stiehlt. Im Forstbereich sind natürlich grüne Hintergründe vom Wald sehr schön, aber auch wichtig, stellen Sie die Person nicht direkt an die Wand oder nicht direkt an die Hecke, sondern immer mit etwas Abstand zum Hintergrund. Manche Personen, wenn sie fotografiert werden, sind sehr steif. Ideal ist es, wenn man diese Personen in einem unbeobachteten Moment fotografiert. Das funktioniert nicht immer, wenn man sehr steif ist, gibt es einen Trick. Lassen Sie die Person die Augen zumachen und dann sagen Sie, jetzt machen Sie die Augen auf und lächeln Sie. Und diesen Moment halten Sie am besten mit einer Bilderserie fest und Sie haben dann mit Sicherheit den einen Moment dabei, wo die Augen offen sind und ein sehr entspanntes, herzliches Lächeln dabei ist. Ein letzter Tipp, nehmen Sie ein wenig Puder mit. Wir glänzen oft sehr auf der Nase, auf der Stirn, auf dem Kinn. Und diese Glanzeffekte, die nicht sehr schön ausschauen, die können Sie eben mit etwas Puder auf Stirn, Nase, Kinn, können Sie die reduzieren und erhalten damit nochmal ein schöneres Bild. Ähnlich wie die Einzelporträtfotografie ist es auch bei Personengruppen. Wie schon gesagt, meiden Sie die Mittagssonne, fotografieren Sie, wenn möglich, eher so im etwas bedeckten Himmel. Lassen Sie Ihre Personen möglichst eng zusammenrücken, dann haben Sie alle sehr kompakt auf dem Bild, wirkt schöner, wirkt harmonischer. Wenn möglich, wenn es sehr große Gruppen sind, dann wäre es gut, wenn Sie Reihen machen, platzieren die Kleinen vorne, die Großen hinten oder nutzen Sie, wenn vorhanden, eine Treppe. Was man auch nutzen kann, ist zum Beispiel ein Baumstamm, der liegt. Wenn eine Reihung nicht möglich ist, um Sie viele Personen haben, dann versuchen Sie sich als Fotograf etwas erhöht zu stellen, etwas von oben zu fotografieren, dann haben Sie trotzdem noch alle Gesichter vorne. Nichtsdestotrotz, platzieren Sie die Kleinen vorne und die Großen Personen bitte hinten. Genauso wie beim Porträt, wählen Sie einen schlichten Hintergrund, machen Sie die Blende diesmal aber etwas weiter auf, weil Sie einfach mehr Tiefenschärfe brauchen. Im Zweifelsfall können Sie ja die ISO-Werte etwas hochschrauben. Und wie vorher schon beim Porträt, machen Sie Serienaufnahmen, dass Sie möglichst viele Bilder haben und auf irgendeinem ist dann hoffentlich das Bild, wo alle die Augen offen haben und alle lächeln. Kommen wir ganz kurz zum Bereich der Technik der Forstmaschinen. Sie haben hier im Prinzip zwei Möglichkeiten. Zum einen können Sie Maschinen im Detail fotografieren, wie zum Beispiel diesen Prozessorkopf. Dann würde ich persönlich mit einer großen Blende fotografieren, dass der Vordergrund scharf ist und der Hintergrund in einer tiefen Unschärfe verschwindet. Sie können natürlich auch eine Maschine direkt im Arbeitsumfeld in der totalen als Gesamtansicht fotografieren. Und noch ein kleiner Tipp, wenn Sie fotografieren und Menschen auf diesem Bild zu sehen sind, würde ich persönlich den Fokus immer auf den Menschen setzen. Kommen wir zu unserem letzten Punkt, nämlich der Architekturfotografie. Wenn Sie Holzhäuser fotografieren, dann haben Sie im Prinzip zwei Möglichkeiten, die Perspektive zu wählen oder die gängigsten zweistelle ich Ihnen vor. Zum einen können Sie die Zentralperspektive wählen. Das heißt, Sie suchen sich einen Punkt, sodass Sie rechts und links gleich viel Abstand haben und nutzen diese Zentralperspektive, ein Gebäude abzulichten. Der andere Fall ist, dass Sie ein Gebäude von der Seite fotografieren, sodass Sie stürzende Linien haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die unterste Linie parallel zu Ihrem Bildrand ist und die obere Linie eine Diagonale durch das Bild ist. Das Wichtige in allen Fällen ist, die vertikalen Linien, die von oben nach unten gehen, die sind immer senkrecht, immer parallel. Das Ganze können Sie allerdings auch mithilfe der Bildbearbeitung nachjustieren. Wenn Sie fotografieren, nutzen Sie in der Regel mindestens mittlere Blendenwerte, sodass Sie auf allen Ebenen eine Tiefenschärfe haben. Wenn Sie in Innenräumen fotografieren, nutzen Sie in der Regel Weitwinkelobjektive. Eigentlich hat heutzutage jedes Smartphone, jede Handykamera hat ein Weitwinkelobjektiv eingebaut. Was macht ein Weitwinkelobjektiv? Das bringt einen breiteren Bildausschnitt auf Ihr Foto. Immobilienmakler nutzen das auch sehr gerne, um Räume größer wirken zu lassen. Ein Trick ist, wenn Sie Menschen auf dem Bild haben und die aber nicht da haben wollen oder sehr viele Wolken, nutzen Sie ein Stativ, schrauben Sie Ihre Kamera auf ein Stativ mit einem Graufilter davor, nutzen Sie eine sehr, sehr lange Belichtungszeit und wir reden hier durchaus mal von mehreren Minuten. Bei gleichzeitig kleinen ISO-Werten, kleiner Blende, also großen Blendenwerten, die digitalen Kameras rechnen dann im Prinzip die Bewegungen raus, weil eine Bewegung, ein Mensch auf einem Bildpunkt über die Zeit hinweg nur einen sehr geringen Prozentsatz ausmacht auf diesem Bild und dann auf diesem errechneten Bild überhaupt nicht mehr zu sehen ist. Was gut funktioniert in der Architekturfotografie sind auch Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Durch Schwarz-Weiß können Sie die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf bestimmte Linienführungen, auf wirklich die Form eines Gebäudes lenken. Hier habe ich für Sie ein Beispiel einer Zentralperspektive und hier auf der anderen Seite ein Gebäude fotografiert, aber auch nachbearbeitet, sodass es mit stürzenden Linien abgebildet ist. Was auch manchmal funktioniert, wenn Sie zum Beispiel den Rohstoff Holz in den Vordergrund stellen wollen, dass Sie hier ein Detail in den Fokus stellen und dann nach hinten das Gebäude im Hintergrund verschwinden lassen, aber so, dass man immer noch einen Eindruck von der Gesamtarchitektur gewinnt. Zum Schluss, wie immer, unsere kleine Botschaft. Es gibt eigentlich nichts, was Sie falsch machen können im Bereich der Fotografie. Übung macht den Meister und der größte Fehler, den Sie überhaupt machen können, ist, dass Sie nichts machen. Deswegen legen Sie einfach los, probieren Sie einfach rum und wir wünschen Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.